So, hi wieder zurück und ich hoffe diesmal sind die Framer im Rear Könntet ihr euch bitte wieder fangen, es ist echt 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 mega nervig Hallo Riesenfisch, Riesenanglerfisch mit Kronleuchter Ja, 10 Frans Genau das sag ich dazu Ja, ja, nein Geht's da noch? Geht's da noch? Oh Gott, entschuldigung Kannst du irgendwie da rein gucken? Oh, ich... Ich... Mann Also da ist... Geht's da weiter oder da? Scheiß drauf, ich spring da jetzt rein, auch wenn die Kamera so unglaublich gemeint zu mir ist Oh, das geht hier doch nicht weiter Und wie komme ich wieder? Hallo Okay, richtige Entscheidung Oh, die Flams kriegen sie wieder Oh, ja, oh Wow, wow, wow Me like this Gusta, wie gusta Ich brauche mal eine schnellere Waffe Ich mag das, ich mag das lange Okay Schnell, schnell Schnell, schnell Nein Ich hab Schnüff-Schnüff gehört Die Beste hat Й Vernd Die St continental Dім Top Weilig Is Nas Sab Tr Aha! Ich denke jetzt, Snoop-Snoop. Ich nehme hier schon wieder so ein Blauer und der Blauer bringt uns, glaube ich, in andere... ...Felder und da möchte ich noch ein bisschen... Das mag ich! 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 Oh mein Gott, was bin ich für ein Sprachspiel! Guck, der ist laut! Der ist irgendwie nicht so, dass man doch... Also kommt man in den Ladescreen und das ist ein Blitz! Oh ja! Das Wetter hat sich erholt! Ja, einmal hier gucken! Lalalala, ich bin ganz geil! Lalalala, ich bin ganz geil! Du siehst da so richtig aus! Da kommen wir noch gar nicht dran! Oh f***! Wie doch... Oh nö! Oh Gott, 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 oh Gott! Ah! Aaaaaah! Aaah! Aaaah! Nie! ...Aah! A isps! Nein! Nö! Wann! Ooy! Noch mal von vorne oder wird's nie in die Wand aufhegd? Ich kann doch selbst keine Achterbahn nachfahren, warum muss ich sonst immer mitmachen und vor allem mein Pupo müsste jetzt total tierisch kalt sein. Ich will ja aus dem Eis raus. Und dann mich noch aus, um so halbwitz umbringen. Spiel. Ich merke schon, du magst mich. Aber there is no way to way to way. Oh, nein. Fremd an Brüche! Hier kommt er wieder! Ah! Wir haben das Zeug, so lange ohne die... Ja, wir haben die Übelkeit gelegt. Wir haben das Zeug. Ah! Jetzt! Und jetzt da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein, oh Gott! Das ist ja selten, aber hingerstücken euch. Sorry. Einer. Einer auch, mein kleiner. Wie krank Alice aussieht. Oh, jetzt lüsten wir mal. Die ganzen kleinen Partikel auf dem Boden brechen die Lüsten. Nein, oh nein. Wow, wow, guckt euch das an. Flüssig, das ist fast flüssig. 22, oh mein Gott. Was ist das? Hallo Schneckenhaus! Müssen wir da hin? Ich nehme aber lieber das Flatschemie. Das Steckenpferd sieht wie niedlich aus. Ich würde mal vermuten, dass es da weitergeht. Können wir eigentlich das Steckenpferd schon upgraden? 500 noch. Zumindest haben wir dann alle dreimal auf Level 2. oder... Oh Gott, oh Juni. Was ist das überhaupt? Und dann stecken wir uns. Hallo Katzen. Ah, da bist du ja Alice. Hi. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Korrekt. Korrekt, Horlheim. Yay. Tornadoes sind unschuldig und Königin macht es einfach, weil sie es möchte. Und wie komme ich hier wieder raus? Ah so, Upgrade, schnellere, effektive und so. Sind das so wie halbe Herzen bei Iling? Sieht aus wie ein riesen Knochen mit irgendwas... Wie war's? Oh. Oh. Es gibt... Was? Ob ich jetzt ruhen? Als ob ich jetzt nicht schon orientierungslos wäre. Nein. Schweinchen hören. So ein komisches Fieser. Nein, ich kann nicht baden. Ich glaube, ich habe hier noch mainstream. Oh. Nee. Nein, ich kann nicht baden. Ich sterbe, wenn ich bade. Okay, bei dem Wasser würd ich, glaube ich, auch... Irgendwie verrecken weil es bestimmt eiskalt ist. Oh, ich mag die Türen, die sind süß. Hallo. Oh, Erinnerung. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi, ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens drei Pens rein. Drei Pens. Okay, früher war es nicht so teuer. Oh, diese Verschwendung. Dr. Bambi. Muss ich hier wieder rutschen? Ich mag doch nicht. Ah, mein Gott! Vielleicht da oben? Blume! Blume! Blume, rette mich! Blume! So ist die Stimme besser. Oh nein. So ist die Stimme besser. Blume! Blume! Da ist das Schiff. Aber da ist ein anderer Weg. Da ist ein geheimer Weg. Ah, ich bin nicht in der Heimweg. Ah, mir geht da. Ah, ich bin nicht in der Heimweg. Lalalalalala! Ich muss das Level wahrscheinlich noch mal machen. Schon ein anderer Weg. Nein, nicht direkt da. Da ist ein Pilz. Gehen wir mal da hoch. Ich würde hier wieder hinkommen, wenn ich den Stehweg nehmen würde. Wird ich da wieder hinkommen? Ob es da geheime Sachen gibt? Wird ich nicht wieder hinkommen, oder? Nein! 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 We don't like these. Ich kann mich doch nicht... Ah, hier sind wir! Wo sind wir? Sind wir hochgekommen? Wird da lang gelaufen? Okay. Ich mache das bestimmt noch mal das Level, um alles zu holen. Dann gehe ich einfach den anderen Weg. Was? Tschüss, Boot! Ja, 31 Frames, I love it! Du wirst nicht. Eine Busfahrt die ist lustig, eine Busfahrt die ist schön, holladid, holladad, holladud! Äh, ja. Absteigen. Zerstören. Schnüff, schnüff. Schnüff, schnüff. Gleich schnüff, schnüff. Da muss noch was zerstört werden. Hier auch. Schnüfft das vielleicht hier? Ja, es schnüfft sogar hier. Das ist egal, zu ihrer Haare. Was ist denn passiert? Zu nebelig. Zu nebelig. Ach da. Nur zwei. Oh man. Oh fuck. Irgendwie will mir das gerade nicht so gefallen. Hey. Hey. Nur für die Schnauze. Okidoki, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Wenn das denn funktioniert. Was ist das? Nein. Ich bin doch zurück. Das ist doch nicht. Ganz ruhig, Alice. Ganz ruhig. Wir wollen nichts verstürzen. Alles ist gut. Alles ist gut, was ich... Hallo, Monster. Oh, boink. Ich bin doch nicht. Vielen Dank.